Hier machen wir Mana. Jo, nice. Also, machen wir weiter. Jetzt sind wir auch ein bisschen schneller. Und wir gehen jetzt nicht in die Depths. Wir gehen nach oben. Also nicht hier hin. Oder geht es auch hier unten durch? Natürlich ein bisschen schneller. Aber krass, das muss ich nicht in die Mana. Also hier, mit wenig Reichweite, macht das noch viel Damage. Aber später nicht. Also, dann habe ich den Charakter hingegangen. Kein Bock gerade drauf. Zwei Charakter sind die Gäden schon für CR und deshalb nicht mehr so effizient. Ich weiß nicht, wie es hier ist. Wahrscheinlich ist es jetzt wo der Eingang ist. Wahrscheinlich ist hier irgendwo noch mal zum überall launchen. Ich weiß nicht, wie die heißen. Okay, hier ist nochmals eine Star Wars. Ich weiß nicht. Immer diese Armour Scrap string. Dann können wir die gleiche nutzen. Ähm, weiter. Machen wir die Aufrüstung hier. Und der hier hin. So. Jetzt kommt. Und der ist noch mehr. So. Jetzt kommt. Und das ist noch nicht mehr. So. Und. Und. So, wo haben wir denn der Aslan? Ich habe jetzt wieder den Jackpins und den Frees in den letzten Lachen gelegt. wir wollen weiter so gut ich stehe und es leckt nie das ist so gut und es hat sich wenigstens darauf reagiert Das war's. Das ist ganz schön. Das ist ein cooles Gericht. Ach die. Carsten ist sehr viel. Die sind gleich gestorst genug bei der Flosterpunks. Die sind stark. Das ist ein cooles Gericht. Die sind stark. Okay weiter. Wir gehen oben durch. Ich habe richtig effizient so einen Pfeil regen. Das müsste jetzt eigentlich hier drüben sein. Fängt die Architektur an. Müsste jetzt hier drüben sein. Aber ist das... Das ist so ein Weg, der nicht unbedingt... ... die Wand ging nach. Okay. Jetzt Ballistic Mastery. Es geht schon viel schneller, bis die Pfeiler runterkommt. Jetzt gehen wir ab. Jetzt gehen wir ab. Noch den Rest... Oh nee, ich spiele das ganze Leben. Ich bin wirklich inte hierher. Ich bin ganz schön. Ich bin wirklich schnell. Jetzt werde ich noch mal fahr' das Boot. Ich weiß nicht, er hat er. Ja, wie viel Spawns denn? Drei Pecks. Oh nein. Lol, zwei Items hat er getroppt. Welche Frechheit? Welche unmässliche Frechheit? So, dann werden wir mal Armas Crap benutzen. Da wir safe anspielen, jede Item einfach mal benutzen. Außer die ganzen Teuren. Die aufsparen, bis wir dann Probleme haben. Und dann einsetzen. Achja, ich habe noch relativ viele Ob of Alchemy gefunden. Und dann werden wir noch einsetzen. Und noch nicht jetzt. Wenn wir dann noch Unkturm haben. Und auf einen guten Bogen. Oder nein, nicht auf einen Bogen. Auf irgendwas anderes. Wahrscheinlich auf einem Köchchen. Und da brauchen wir schon ein bisschen Attack Speed oder so. Und wir haben neue Items. Cool, wir machen schon viel Damage. Ja, ein Matching-Guide. Ja, ein Matching-Guide. Oder gar richtig. Kommt drauf. Für die Vollschlubs. Oh, hatte ich ja ein Matching-Guide. Wir brauchen aber, wenn wir es nicht brauchen, dann letztens nichts. Cool, hier ist ein... Mirrored Cloud Reach. Monster Reflect 18 auf Elemental Damage. Easy. Wir machen Physical Damage. Aber zwar auch ein bisschen Elemental Damage, aber nicht zu viel. Das ist uns gut. Wie leicht ist. Nebenwirkungen. Hier im Ledge habe ich noch keinen Rift gefunden. So können wir richtig gut snipen. Wie auch bei Diablo 3 wird es wahrscheinlich auch ein Endlos-Corrector. Ich habe extrem Bock auf diese zwei Springen. Das Endlos heißt es nicht unbedingt. Äh... Unendlich. Bis ich sterbe. Aber solange muss es eigentlich immer und mehr Spass machen. Tatsächlich hält es nicht mehr. Keinen Spass mehr macht. Aber ich bin schon mehr auf die Community. Wenn es eigentlich Spass macht. Das meint, wenn es bei mir nicht Spass macht. So, wir haben kein Damage bekommen. Wir müssen hier unten durch. Wir brauchen das Mana. Und wir müssen ja unten zu den Dots gehen. Und dort gibt es ja noch Rüstung, wo wir brauchen. Bei einem Bombschutz ohne Rüstung. Ja. Ist ein bisschen sensibel, wenn er getroffen wird. Und es gibt Extremfeldarmor, wenn Eversion umgewandelt wird. Das wird ich dann sehen. Er hat leicht über 1000 Armour dann. Ich muss ja irgendwas Rüstung haben. Ne, was ich nicht. Oder Armour. Lein durch die Rüstung. Ich bin nehm. Und das lässt sich auch nicht mehr. Keine Hände. Ich glaube, jetzt wird es aber nicht mehr so ein bisschen. Ich bin nehm. Oh, hehehe. Oh, ja. Der große. Von diesen Menschen. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Ich habe einen Schraub. Den haben wir, leider nichts Gutes getroppt, aber wir haben jetzt ein Wahlgame auf der neuen Glacielhammer. Haben wir den nicht schon? Ist jetzt nicht. Ah, Glacielhammer. Ein Circle of Eyes, also der Charakter haut drauf und dann kommt so ein Circle of Eyes, wo die Gegner fangen und fließen. Also gehen wir wieder zurück. Ich kann ihn leider nicht ausprobieren, aber ich werde ihn sicher mal testen. Oh, ich habe hier einen Bogen. Ach ja, hier haben wir noch Burning Arrow. Das hat sich dann getan und gehen wir mal beim Totem ein. Schauen wir mal, wie das hier ist. Sorry. Hier haben wir jetzt den Weibfant. Ja, der Burning Arrow muss noch ein bisschen auflaufen. Daher kann ich hin. Und jetzt ist der Weibfant und nicht. Ist es denn noch was? Ja, nur noch ein bisschen auflaufen. So... So. Oh, da kommt die Schimpfen. Das auch locker. So. And cause no mana. Nice. Right here at least. Told to. What the hell? The pain. Damn. Wir können gerne was wünschen, was ich so machen soll und Challengeaufgaben geben. Ich liebe Challenges, aber nicht ob möglich. Und dafür kürzere Challenges. Später können wir dann noch lange Challenges wie zum Beispiel ein Event machen. Es gibt so Runs. Mal schauen, welchen Platz wir bekommen. Aber eben alles der Reihe nach. Und zuerst einmal kleine Events, kleine Challenges und dann die Großen. Ja, ich hoffe es macht euch Spaß. Es ist jetzt momentan eher ein Geruschen. Aber das heißt, wir können zu warten, weil ich bei A2 weiter bin. Wir haben jetzt wieder viel mehr Spaß hier. Ich will jetzt einfach hier durchkommen. Ich habe schon genug Zeit für die EF zu verhaft. Ich will euch in dieser Aufnahmesession noch zeigen, wie ich mit der Punktur angreife. Change to Flame kann ich leider momentan nicht bekommen. Ich finde es nicht. Ich weiß nicht, wie man es am besten findet. Aber das finde ich. Ich glaube es ist eben nur Change to Flea. Ich glaube es ist eben nur Change to Flea. Der Stagge. Der Stagge. So, wenn wir unten bei den Dots gewesen sind, gehen wir nach rechts und dann nach oben. Wir holen den Pierce mit. Und dann den Rump weg für den Bogen. Einen, den nehmen wir nicht. Der ist Super Creed. Das bringt uns noch nichts. Wir gehen dann direkt hoch zum anderen dort. Und werden eventuell bald noch Poison Damages nehmen. Aber wir konzentrieren uns am Anfang auf Pierce. So, wir gehen hier hoch. Da ist noch eine Kiste. Wie gut, viel besser als ein anderer Charakter. Ein anderer Bild. Aber ohne Pierce sind wir schon in der Streppe stehen. Auch ohne Pierce.